willkommen zu einer neuen zwischen von der party so würde ich gerade wo wir hier eigentlich stecken in unserer butze mit unserer nicht verlobten ach stimmt wir haben ja noch das andere ausgekauft okay okay wir sind hier bei dem ein lager aus stimmt so und ich hatte nachgeguckt wo denn dieses lagerhaus verona sein soll hier nicht ja auch nicht es wird auch aber mittel italien irgendwie 14 straße und riverside oder sowas glaube ich das sieht wie hier oben irgendwo aus wird sind da wo sie die 14 straße eigentlich auch seine dämlichen namen die straße nach zahlen zu benennen achtzehnter hier unten ist ja gar nicht mit zahlen das ist hier das haus von denen nehme ich mal an der roland tun 14 straße warum so denn das lagerhaus und die kontrolle über die idee bringen kann ich mir zwar nicht so gut vorstellen warum dazu senso aber ich würde jetzt dann gern erst mal das hier übernehmen dann brauchen wir später nicht mal nach dieser reise theoretisch und haben das schon fertig was ich da ein bisschen schade jetzt am spiel finde ist letztendlich dass hier im auto kein radio ist ich weiß nicht wie das damit ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass das damals schon radio war ehrlich gesagt und hier ist dann immer nur ich glaube lustig vom film sogar könnte ich mir vorstellen zumindest diese melodie hier ist vom film so naja Wenn er die Karre selber zum Brennen bringt, ist das nicht schlecht. 1A Ach, da ist schon der Ingang. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Na gut, habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Na toll. Jetzt mach dich fertig. Ich bring dich um. Was? Was war das denn für eine Scheiße? Der kann... Oh, leck mich doch. Ich mach dich fertig. Klar. Hackern, die schießen ich nicht. Du gehörst mir! Ich brauch unbedingt Heldung. Ich bringe dich um. Ich bringe dich um. Und wo denn das schon wieder, ey? Okay. Ich bin mein herb. Ich bin einig. Ich bin einig. Dann wöre dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! Aaaaaah! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Verliere ich da aber eigentlich Kohle? Ich weiß es ja auch nicht. Freut mich, Sie zu sehen, Sir. Ihr Auto oder Ihr Leben! Töte mich nicht! Hey, halte das Auto! So einfach geb ich nicht auf! Ich bin... Alter Mistkerl! Ich bin... ... 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